Hi ihr Lieben, ich bin's wieder. Heute geht es um ein Video, wie ich Orchideen umtopfe. Und ihr werdet auch anhand von Bildern sehen, dass ich die alte Blumenerde mit der neuen Blumenerde mische. Das hat einen speziellen Grund bei mir, weil, wie ich euch schon mal gesagt habe in einem anderen Video, die Orchidee braucht einen speziellen Pilz. Sie treibt mit diesem Pilz Symbiose. Und wenn ich natürlich die alte Orchideenerde mit der neuen Orchideenerde zusammen mische, wächst dieser Pilz halt schneller. Ihr werdet auch sehen, dass ich quasi so ein kleines Werkzeug für die Orchideen halt benutze, weil ich habe heute ein paar Wurzeln abgeschnitten, die alt waren, die auch matschig waren. Die kann man ohne Probleme auch abschneiden. Das macht der Orchidee überhaupt nichts aus. Man darf aber auch eins nicht vergessen, das ist das erste Mal, dass ich sie jetzt umtopfe. Ich hatte ja dieses Jahr, was ich euch in einem anderen Video schon erklärt habe, dieses Jahr wieder angefangen mit Orchideen. Ihr werdet auch sehen, also anhand dieser Bildern, dass ich die Orchideenbehälter quasi ausspüle, kochend heiß. Weil diese neuen Behälter haben eine Art Film rum, was wiederum nicht gut für diese Orchideen halt ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Videoschauen. Ciao! Ciao. Satsang with Mooji Satsang with Mooji